Einige Wochen später. Frank Rosin hat einen Hilferuf aus dem Erzgebirge erhalten. In der sächsischen Kleinstadt Öderan mit ihren knapp 9000 Einwohnern wartet ein echter Problemfall auf den Sternekoch. Ich bin heute in Öderan, mitten im Erzgebirge, auf dem Weg zum Rathaus. Von dort hat mich der Bürgermeister gerufen. Der macht sich große Sorgen um sein Traditionslokal zum Hirschen, den die Stadt an Nicole verpachtet hat. Eine junge Gastronomin, die Hilfe braucht. Ich werde helfen. Die Stadt Öderan ist der Vermieter der Traditionsgaststätte zum Hirsch. Direkt nebenan, im Rathaus, ist der Sternekoch mit Bürgermeister Schneider und seinem Kollegen vom Stadtmarketing, Herrn Metzler, verabredet. Einen schönen guten Morgen. Gucke einen an. Hallo. Guten Tag. Schneider. Guten Tag. Metzler. Schönen guten Tag. Sie haben schönes Wetter mitgebracht. Vielleicht sprechen wir erstmal über unser Problem. Gut. Lassen Sie uns mal setzen, bitte. Alles klar, machen wir. Das Sorgenkind des Bürgermeisters ist buchstäblich das erste Haus am Platz. Das Restaurant blickt auf eine rund 250-jährige Tradition zurück. Wo drückt der Schuh? Ja, also das Problem ist, wir besitzen als Stadt, und das ist bestimmt nicht so ganz normal, eine Gaststätte. Und die junge Frau, die die momentan sozusagen gepachtet hat, die hat aus unserer Sicht Probleme. Wenn ich abends durch die Stadt fahre, dann sehe ich, es sind ganz selten Leute drin, wenn sie in der Stadt essen wollen, und das ist die zentrale Gaststätte, die wir besitzen. Dann haben sie eigentlich nicht wirklich eine realistische Chance, da vernünftig unterzukommen, und das ist nicht sehr schön. Wir haben sehr große Hoffnung in die Frau gesteckt, dass sie es schafft, da noch etwas Leben in unsere Innenstadt zu bringen. Das ist leider nicht der Fall. Vor gut zwei Jahren hat die 31-jährige Nicole aufgrund bester Referenzen und einem scheinbar überzeugenden Konzept das Lokal übernommen. Doch die Gäste bleiben aus. Die Stadt als Vermieter hat versucht, der jungen Inhaberin zu helfen. Wir haben zwischenzeitlich, was den Mietpreis betrifft, einen erheblichen Nachlass gelassen. Der ist schon fast unanständig niedrig, muss man sagen. Dann sagen Sie mal. 500 Euro. Für wie viel Quadratmeter, Nutzungsfläche? Circa 600. Das heißt, es sind nicht mal ein Euro auf einen Quadratmeter. Wir wollten es ihr nicht unnötig schwer machen. Bis vor sechs Monaten betrug die Ladenmiete rund 1200 Euro. Doch Betreiberin Nicole konnte die volle Pacht von Anfang an nicht aufbringen. Die Folge, Mietschulden bei der Stadt. Wie hoch sind die Schulden, die Sie jetzt aufgelaufen sind? Circa 20.000. Das ist schon viel. Wir könnten uns gut vorstellen, dass wir noch zwei Monate ihr erstmal geben und sie damit natürlich auch diesen letzten Strohhalm, der es ist, aus meiner Sicht ergreift. Letzte Chance? Ja. Es gilt, keine Zeit zu verlieren. Gemeinsam mit den Stadtvertretern macht sich Frank Rosin auf den Weg zum benachbarten Hirsch. Der Sternekoch soll der jungen Inhaberin auf die Beine helfen. Und die weiß noch gar nichts von ihrem Glück. Guten Morgen. Guten Morgen. Oh Gott, wir bringen Sie alles mit. Hallo. Morgen. Wir hatten Ihnen ja mal professionelle Hilfe. Grüß dich brauchen. Frank Rosin. Ja, hallo. Herr Wissler. Hallo Nicole. Der Herr Bürgermeister hat sich große Sorgen um sie gemacht. Er hat gesagt, Rosin, du musst kommen. Du musst ihr helfen. Und ja, danke. Sie haben mich vorgestellt. Jetzt mache ich hier weiter. Viel Erfolg. Dankeschön. Alles klar. Danke. Super. Ich freue mich. Ja, das ist aber schön. Ja, Freude ist schon mal sehr, sehr wichtig. Toll. Wie sehen denn die Probleme aus? Es fehlt einfach der Umsatz. Es kommen zu wenig Gäste. Was meinen Sie, woher das resultiert? Das ist die Frage. Das wissen wir nicht. Ich kann es schlecht einschätzen. Wenn ich es wüsste, hätten wir es ja schon geändert. Gut, aber dafür ist ja der Spitzengastronom auch gerufen worden. Um zu erkennen, woran es liegt und was sich alles ändern muss. Frank Rosin schaut sich als erstes das Ambiente des Traditionshauses an. Und das macht auf den ersten Blick keinen schlechten Eindruck. Sag mir mal, wie bist du denn zu dem Hirsch gekommen? Wie hat das alles angefangen? Der Hirsch ist im Kindheitstraum. Den habe ich schon ganz, ganz lange. Ich wollte auch nur dieses Restaurant. Ich wollte kein anderes. Und jetzt habe ich es. Hast du Schulden? Ja. Wie viel? Also ich habe beim Verpächter 15.000 Euro. Und dann habe ich noch, damals wird der Startkapital einen Kredit aufgenommen. Das sind, das waren 20.000. Das sind aber schon jetzt ein bisschen abbezahlt. Also auch 15.000 bestimmt noch mal. Rund 30.000 Euro Schulden lasten auf der gelernten Restaurantfachfrau. In kürzester Zeit hat sie extrem hohe Mietschulden angehäuft. Und wie viel Minus machst du im Monat? Also wie genau im Minus? Ich würde sagen plus minus null. Plus minus null? Plus minus null. Hm, das kann aber nicht stimmen. Entweder hat die junge Inhaberin ihre Zahlen nicht im Blick, oder sie macht sich etwas vor. Frank Rosin hakt nach. Ja, aber trotzdem kannst du die Pacht ja nicht bedienen. Das ist richtig. Also muss ja ein Minus aufkommen, sonst könntest du ja die Pacht bezahlen. Also machst du Minus. Weil wenn ich mir das auf den Monat umrechne, dann machst du im Monat rund 1.000, 2.000 Euro Miese. Sonst könntest du ja die Pacht bedienen. Er hat ja recht. Ich denke nicht gerne drüber nach, muss ich sagen. Ich muss es, ja klar, aber ich möchte es ungern abgeben, das Ganze. Den Hirsch zu leiten ist seit frühester Kindheit Nicoles größter Wunsch. Das Traditionslokal ist ihr großer Lebenstraum. Wie betreibst du das hier? Wie organisierst du das für dich? Ich bin alleinerziehend. Ich habe eine Tochter. Die ist sechs Jahre alt. Und die steckt natürlich sehr viel zurück, weil ich bin überwiegend hier. Die Chemie, die ist mein Ende und alles. Und deswegen tut das auch so unheimlich weh, weil sie jetzt immer so zurückstecken muss halt. Weil ich eben so viel für den Hirsch da bin. Ich habe ihr gesagt, der Hirsch, das ist auch wie so ein kleines Kind. Das muss halt erst laufen lernen. Wie bei ihr. So habe ich sie halt erklärt. Und sie läuft eben schon und der Hirsch, dann muss sie eben erst noch laufen lernen. Das heißt, du hast das Restaurant eröffnet, auch mit dem Bewusstsein, dass du alleineziehende Mutter bist. Ja, genau. Das ist aber echt mutig. Und mutig und natürlich auch echt ein Entschluss. Es geht mir, jetzt wenn ich an meine Tochter denke, hinterher sich nicht gut. Weil sie eben sehr viel zurücksteckt. Nicht nur in der Zeit, auch sonst im Allgemeinen. Dadurch, dass eben diese finanzielle Lage so ist. Wenn wir zusammen einkaufen gehen, dann sagt sie eben, Mama, ich möchte dies, ich möchte das. Und ich halte, geht nicht. Geht nicht, geht einfach nicht. Die Situation ist, wie auch immer, wenn man sie dreht, beschissen. Richtig. Privat wie geschäftlich. Genau. So, da müssen wir raus. Zeig mal den Laden. Das ist die Küche. Das ist die Küche. Das ist ja fantastisch. Das ist ja ein Saal. Ja, wir haben Platz. Wow, sieht auch gut aus. Brauchst du diese große Küche überhaupt für die Papierpilz, die du ja hast? Also wir brauchen sie an sich nicht. Die ist aber damals so konzipiert worden, weil oben drüber ist noch ein großer Saal. Ach, du hast noch einen Saal? Ja, nee, der gehört nicht zu mir. Das war früher mal, bei deinem Vorgänger war es so, da gehört es zusammen. Jetzt ist es nicht mehr so, der Saal ist separat. Über dem Restaurant befindet sich ein Veranstaltungssaal. Bekocht werden die städtischen und privaten Events aber nur selten von Nicole. Der Grund hierfür? Vor einigen Monaten kam es zu einem kleinen Eklat, wie der Bürgermeister dem Sternekoch berichtet hat. Was ist da bei dieser Veranstaltung bezüglich des Ehrenamtes vorgefallen? Vorgefallen, dass das Essen nicht gereicht hat? Ja, das hat nicht gereicht, weil es gab keine Ansage. Ich hätte natürlich auch fragen können, ist klar, aber die Ansage kam einfach nicht. Es sind so und so viele Gäste. Sag einfach, im Grunde genommen haben wir das auch nicht professionell abgearbeitet. Ihr habt nicht professionell mit dem Bürgermeister oder mit der Stadt gesprochen. Ihr habt nicht abgewegt, ihr habt eure Forderungen nicht gestellt, um ordentlich zu arbeiten. Wie ist denn das Verhältnis zu der Stadt überhaupt, zum Bürgermeister oder zu den Verantwortlichen dort? Also es ist nichts besonders gut. Also sie sagen immer, wir wollen, dass es läuft. Erste Haus am Markt. Es muss ja laufen, das ist unser Aushängeschild, so in der Art und Weise. Aber dass viel kommt, dass sie uns wirklich helfen. Sollen sie dich morgens wecken und denen ein Wurstbrot geben? Nee, das sicherlich nicht. Aber sie wissen ja auch, dass das Geld einfach nicht da ist. Ja, aber es ist doch nicht die Heilsarmee. Nee, das ist schon richtig. Das ist klar. Der Bürgermeister hat mir gesagt, dass du 500 Euro für den Laden zahlst. Weißt du, was so eine Küche kostet? Weißt du, was es nicht kostet? Die kostet ganz ein Hausfunk kaufen. Klartext ist vonnöten, denn die junge Inhaberin geht doch etwas naiv mit ihrer Situation um. Sie scheint das Entgegenkommen der Stadt nicht zu erkennen. Aber dazu später mehr. Zunächst will Frank Rosin die gastronomischen Ursachen der Misere im Hirsch ergründen.